Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill The Room. Okay, ihr schmamscht's grad so ein bisschen laut, deswegen hab ich in der Pause angefangen. Ah, diese Viecher überall. Ich weiß, da oben liegt noch Munition, aber die kann ich mir jetzt nicht holen, weil ich mal wieder keinen Platz habe. Wie so oft. Warum haben die überall diese Pilze hingebaut? Das ist doch nur Hinhaltetaktik. Es sei denn, ich werde später verfolgt, dann macht's schon Sinn, aber warum... Das ist nur lästig gerade, diese Pilze jedes Mal weghacken zu müssen. Diese Tentakel halt. Ich mein, ne, ihr wisst schon, Japan und so. Kommst du nach? Ja, sie versucht's. Ach, das ist über mir. Ich dachte eben, was schmamscht da schon wieder so. So, komm, jetzt müssen wir doch bald mal am Ende des Ganzen angelangt sein hier, oder? Oh, das sind ja wieder tausende Fliegen. Diese Mückenviecher, oder? Ist gut. Warte, ich werde, glaube ich, nochmal durch Loch krakscheln, oder? Dann kann ich mir nämlich die Munition nochmal krapschen. Das wäre eigentlich schon nicht schlecht. Leute, 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 Leute. Ich bin ja mal gespannt, was noch alles auf uns wartet, was für schöne Dinge noch kommen. Bisweilen ist es ein bisschen, hm. Hat mir die Stimmung etwas vertrübt auf das Spiel, gebe ich zu, aber... Nichtsdestotrotz ist es immer noch gut. Macht immer noch Spaß, das Ding. Und ich glaube... Warte mal, ich sehe zumindest keinen Spuk hier. So. Habe ich erstmal die Munition rein. Die Kette kann weg. Ich würde sogar die Puppe wegtun, aber es geht nicht. Wenn ich frei hier... Das ist wieder ruckzuck voll alles, ne? Rucki zucki ist das voll. Ich hoffe, ihr macht immer die Augen zu. Das dürfte euch nicht beschweren, wenn es immer so rot wird. Ich mache die Augen auch, oder ich wende meinen Blick zumindest ab. Dass ich so im Peripheren sehe, wann das aufhört. Okay. Dann gehe ich nochmal ganz kurz rauf, hole mir die Munition und dann komme ich wieder runter und... Oh. Oh Gott. Ich habe mich erst gefreut darüber, dass da was liegt und dann auf einmal kommt da ein Wurm hoch. Was machen die hier? Was ist dieser Wurm? Ich dachte, das wäre der Weltenfresser. Also, dass der uns hier diese Tunnel gräbt, aber scheinbar... Der ist gerade allgegenwärtig irgendwie, ne? In jeder Welt. Oh, guck mal, sie sieht schon wieder so komisch aus. Sie hat wieder irgendwas auf dem Rücken. Ich muss ihr, glaube ich, bald wieder eine Kerze aufstellen. Ich lasse sie jetzt mal hier unten stehen. Ich renne mal vor. Das dauert mir zu lang sonst. Tut mir halt leid, aber sie muss jetzt warten. Das zieht sich immer so hin, wenn wir hier Babysitter spielen müssen. Ich meine, klar, es ist jetzt gemein, wenn ich sowas sage. Sie ist ja ganz alleine und hat niemanden, der sich mit ihr da durchkämpft. Und alleine würde sie wahrscheinlich sowieso drauf gehen. Ich meine, immerhin ist sie ja auch ein Victim oder soll eins werden. Aber dass die das so eingebaut haben in die Spielmechanik, das finde ich grausig. Das finde ich echt grausig. Guck mal, sie hat wieder solche Dinger überall. Das könnt ihr nicht machen. Ich warte jetzt nochmal wieder, bis das weggeht bei ihr. Guck mal, überall auf dem Rücken. Das kann ich mir gut vorstellen. Das geht aber auch nicht mehr ganz weg bei ihr, oder? Seht ihr, dass das komplett weggeht? Die Flecken werden weniger und ein bisschen kleiner werden die, aber... Irgendwie tut sich da nicht viel, oder? Bleib mal hier stehen. Ne. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu ihren Wunden... Also, sind das ihre Flecken? Also, so Wundfl... Ja, so blaue Flecke halt einfach. Oder Kratzer, was sie nur noch auf dem Rücken hat. Oder ist das schon wieder dieser Einfluss da? Man kann es halt nicht sagen, ne? Das ist das Problem hier dran. Wie sie ist verschlossen. Wollt ihr mich jetzt verkohlen, oder was? Leute, wo soll ich denn das Zeug reintauchen? Ich soll das doch irgendwo in Flüssigkeit reintauchen, das Hemd, hieß es. Oh, nee. Kann ich das vielleicht in meiner Wohnung machen? Ich gucke mal, ob ich da was in der Wohnung habe, aber ich schätze mal nicht, oder? Warte mal, vielleicht in die Badewanne? Kann ich das da reintauchen, das Hemd? Vielleicht, wenn ich es in eine farbige Flüssigkeit tauche. Ah, sie haben das Gefangenenhemd in der Pfütze mit Blut getränkt. Sie können sehen, wie weiße Buchstaben sichtbar werden. Mein Zimmer ist im ersten Stock. Ich musste etwas mit schwarzen Sachen drin trinken. Das Schwert mit dem dreigigen Griff ist unter meinem Bett versteckt. Der fette Kerl nahm den Kellerschlüssel. Nächstes Mal bohre ich das Dreieckschwert in dieses Schwein und nehme den Schlüssel. Der fette Kerl. Habe ich noch ein Schwert dabei? Nee, warte mal. Ich glaube, das heißt, ich muss da irgendjemanden aufspießen und mir den Schlüssel nehmen, oder? Ist da wieder was Böses? Ich weiß es nicht. Alles klar. Nein. Dann nehme ich mir mal so ein Schwert mit. Ich habe ja genug. Aber ich weiß nicht, wie ich die einsetzen soll, Leute. Muss ich dabei das Medaillon anziehen, oder was? Dass die Geister geschwächt werden und nicht mehr aufstehen, oder so? Ich probiere das jetzt mal. So. Wenn ich den jetzt finden würde, gleich den Dicken. Ist das der, der hier eingesperrt war? Vielleicht. Ist das einer dieser Victims? Vielleicht taucht er jetzt erst auf, wo ich das gelesen habe. Wollen wir mal schauen. Jetzt hat sie schon wieder diese Dinge auf dem Rücken und auf den Beinen. Guck mal. Och Mann. Warum geht das so schnell wieder? Wird sie da irgendwann verflucht, oder was? Was? Oh. Warum sagst du, wo ist Mami? Was wabert wieder auf ihr? Och nö. Warum? Warum, 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 warum? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh nö, oder? Das ist der. Ich zieh mal das Amulett an. Kommt der jetzt hier? Der Dicke? Ja. Oh, ich höre ihn doch vor mir, oder? Oh. Wo ist der? Aha. Irgendwoher fliegt er jetzt rum, oder? Ich höre ihn rumschmamschen. Ah. Wenn ich wüsste, wo. Oh Mann, ey. Wo ist der denn? Oh. Nicht, weil ich jetzt das Ding anhabe, oder? Das Amulett. Da ist er. Was macht der da? Der rollt. Au. Halt die Schnaute. Ich kann ihn, ich kann es nicht reinstechen, das Schwert. Oh, komm jetzt. Stirb und flieg da nicht so blöd rum. Kann ich den nicht abschießen? Warte jetzt. Jetzt. Komm, komm, komm. Na. Warum geht das nicht? Oh, Kinder. Warum geht das nicht? Kann man ihn nicht töten, oder was? Jetzt. Jawohl. Jetzt geht das auch. Okay, ich habe es bei Cynthia vielleicht falsch gemacht. Sie haben einen Schlüssel zum Generatorraum im Wassergefängnis. Oh. Schlüssel, den der Geist von Andrew in der Hand hatte. Er öffnet die Tür in B2. Und jetzt hauen wir ab. Komm, komm, komm. Wir hauen ab. Komm. Jetzt sehe ich wieder aus. Cynthia, komm. Äh, Cynthia. Komm mit. Kommt sie. So, da bist du wieder. Schnell, schnell. Oh, Mann. Das ist aber auch hier eine Tortur manchmal. Ja, ich nehme das Schwert mit, weil das könnte man vielleicht nochmal gebrauchen. Wahrscheinlich kommen später zehn Geister auf einmal und dann müssen wir uns entscheiden, wen wir aufspießen oder so. Oh, ich finde das so blöd, dass sie schon wieder so verflucht aussieht. Ich kann dagegen nichts tun. Ich habe die Kerze aufgestellt und dann wird sie gleich wieder so. Hallo, Wurm. Na, alles fit bei dir? Ich lasse doch mal die Finger von. So. Der Generatorraum. Oh nein, was ist da vorne? Das sind die ganzen... Alter, Schwede, wie viele Puppen sind denn das? Wollt ihr mich verkohlen? Kann man die einzeln irgendwie anlocken oder was? Oh, nö. Oh, nö. Aline, komm. Nee, 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 komm. Mit dem Spaß fangen wir jetzt hier gar nicht an. Komm schon. Sag mal, wo ist sie denn? Sie kniet da. Nein! Was ist das denn für ein Unfug? Ach, Kinder. Was soll denn das? Alter. Wenn sie jetzt nicht bei mir ist, ne? Oh Gott. Was soll ich drehen noch am Rad hier? Was soll denn das? Ist ja furchtbar. Was hat denn das eben für einen Sinn gehabt, dass da so 10.000 Viecher stehen einfach mal? Ja, es waren nur 6, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Oh, guck mal. Na toll, jetzt kommt die Apartment-Welt wieder, oder? Dann haben wir fast alle Stationen durch, schätze ich mal. Also das zweite Mal. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall... Ich weiß nicht, die Ampulle am besten? Ich habe mich nicht gleich wieder ganz geheilt. Also ich war eben kurz vor dem Tode. Ihr habt es gesehen, das war richtig knapp. Habe ich überhaupt noch zwei Kerzen? Wahrscheinlich habe ich irgendwo eine liegen lassen, oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Ich hoffe mal, das ist kein Spuk mehr da. Ach, diese blöde Puppe, ne? Hätte ich die nie aufgehoben, Mensch. So, das muss reichen jetzt. Ich gehe speichern. Augen zu. Ja, ich muss echt jetzt alle 4 Minuten speichern, weil es geht nicht anders. Geht nicht anders. Ja gut, es waren 9 Minuten trotzdem. Es läuft nicht anders hier gerade. Ne, ne, ne. Ich hoffe mal, es wird wieder ein bisschen... Soll ich die jetzt schon hinstellen, oder soll ich... Ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch. Ich kann mir vorstellen, dass es noch schlimmer wird. Und dann ärgere ich mich drüber, dass ich keine Kerzen mehr habe. Wahrscheinlich geht das immer danach, wie oft sie getroffen wird. Desto schlimmer wird sie dann infiziert, oder verflucht, oder was weiß ich. So. So. Oh nö, das ist Braintree, oder? Oh, nicht der jetzt. Ein Tagebuch. Och, nicht der. Ich möchte zurückgehen in diese Zeit. Die Dinge waren damals so gut. An meinem Geburtstag. Die süße Katze in der Tierhandlung. Alle diese Bälle im Korb. Billiardspielen hat auch Spaß gemacht. Die Tür der Zeit stand weit offen. Wenn ich 4 Dinge sehe, muss ich immer an diese Zeit denken. 4 Dinge? Erinnerungen. Oh nö. Nö, nö, nö. Oh. Oh, nö, nö, nö. Oh, komm schon. Warum kann er sich teleportieren? Na? Aufhören. Oh. Alter Schwede. Ich zerhack dich, Braintree. Nö, nö, will ich gar nicht. Aufspießen. Nein. Ich erinnere mich an diesem Ort. Es sieht so aus wie ein Doppelbücher. So Leute, ich lasse ihn jetzt aufgespießt. Und vielleicht kann ich mir das Schwert ja später zurückholen, wenn ich da überhaupt Bock drauf habe. Ja, mach nicht solche Geräusche. Bleib liegen einfach. So. Ja. Ja, der Aufzug. Haben wir hier drin was? Ne. Die Tür ist fest zu. Sie lässt sich keinen Spalt öffnen. Du sollst ja auch den Knopf drücken, bitte. Drei Tasten vertikal angeordnet. Untere Taste. Obere, mittlere. Wir sind doch gerade... Ne, wir waren in der Mitte, oder? Das sehen wir ja jetzt. Ja, wir waren in der Mitte. Okay, sie muss wieder hier bleiben, ne? Ach, Mann. Au. Wie? Ihr könnt mir Schaden zufügen, ihr blöden Viecher. Was ist denn hier schon wieder? Da liegt doch was. Nehmt da nicht. Wo bin ich denn? Ich weiß gerade nicht, wo ich bin, leider. So, was liegt denn da? Eine Spielzeugkugel. Eine Billardkugel. Sie ist weiß und ist keine Zahl drauf. Das ist die Spielkugel. Äh, jetzt bin ich hier. Au. Ich muss wieder Aline holen, Leute. Es geht nicht anders. Ich will sie nicht alleine lassen die ganze Zeit. Oh, die wachsen wieder nach, oder? Diese blöden Pilzköppe. Ihr Maden. Blutegel. Dreckdinger. Geil, was ihr seid. Was? Jetzt bin ich ja genau auf der anderen Seite, ne? Aha. Komme ich aber nicht dran. Ne Kerze. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder eine für Aileen raushauen, schätze ich. So. Ich fahre erstmal in den obersten Stock, Leute. So, dalle. Da. Die obere Taste. Nee, nee. Verzwickt, verzwickt. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Hier in der Welt. Die ist fest zu. Und die geht auf. Aha. Da unten kann ich ihn hören. Das geschieht hier rechts. Du bleibst jetzt da unten. Fertig. Du musst gar nicht so Töne spucken hier. Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Hunde. Au. Nein, nein, nein. Ich hoffe, wie sie einfach zuguckt. Als wäre nichts. Alter. Äh. Okay, den nehme ich mir gleich. Den werde ich auch gleich nutzen. Gut, Leute. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe nochmal zum Aufzug zurück. Werde nochmal ins Loch gehen. Nochmal speichern. Ja, das mache ich jetzt andauernd. Aber nicht mehr diesen Part. Das werdet ihr nicht mehr sehen. Ich würde sagen, ich steige dann hier wieder ein. Weil ich werde jetzt echt langsam mal die Session beenden. Das ist immer so blöd, dass ich nicht dazu komme in letzter Zeit. Die letzten vier, fünf Parts jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Hm. Auf jeden Fall wird es mal wieder Zeit. Ich muss mal da ein bisschen runterkommen, sonst... Sonst lasse ich mich nur noch mehr über dieses blöde Beschützen-Feature aus, was mir so ein bisschen auf den Keks geht. Ja gut. Es wäre aber super von euch, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Etwas Liebe, wenn ihr möchtet. Likes, Kommentare und so weiter. Oh, da ist noch was. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Nächstes Mal bei Silent Hill The Room. Mmh, mmh, mmh.